Wiederherstellen Ihres HP-Computers zu einem früheren, funktionalen Zustand mithilfe von Systemwiederherstellung unter Windows. Bevor Sie jegliche Änderungen vornehmen, speichern Sie zuerst alle Arbeiten und schließen Sie alle Anwendungen. Wählen Sie Start aus, tippen Sie Wiederherstellungspunkt erstellen ein und wählen Sie dies aus den Ergebnissen aus. Wählen Sie in der Registerkarte Computerschutz Systemwiederherstellung aus. In Systemwiederherstellung wählen Sie Weiter. Wählen Sie den Wiederherstellungspunkt aus, den Sie verwenden möchten. Wenn Sie Probleme mit Windows haben, wählen Sie einen Wiederherstellungspunkt an einem Datum aus, an dem Windows korrekt funktioniert hat und wählen Sie dann Weiter. Zur Anzeige aller verfügbaren Wiederherstellungspunkte markieren Sie das Kontrollkästchen neben Weitere Wiederherstellungspunkte anzeigen und wählen einen aus der Liste aus. Alle Programme, die nach dem letzten Wiederherstellungspunkt hinzugefügt wurden, werden gelöscht und alle entfernten Programme werden wiederhergestellt. Zur Anzeige der betroffenen Programme und Treiber wählen Sie Nach betroffenen Programmen suchen. Notieren Sie sich alle Programme, die Sie nach Abschluss der Wiederherstellung erneut installieren oder deinstallieren möchten und wählen Sie dann Schließen. Wählen Sie Weiter, bestätigen Sie den Wiederherstellungspunkt und wählen Sie dann Fertigstellen. Da die Systemwiederherstellung nicht unterbrochen werden kann, sollten Sie nicht fortfahren, wenn Sie nicht genügend Zeit zur Wiederherstellung haben. Wenn Sie ein HP-Notebook wiederherstellen, stecken Sie das Netzkabel direkt in den Computer. Wählen Sie bei Aufforderung zur Einleitung des Wiederherstellungsprozesses Ja aus. Folgen Sie allen Aufforderungen, um die Wiederherstellung abzuschließen und zu Windows zurückzukehren. Dasír schrei jakie wir Ihnen. In der Tagesordnung habe ich über eine hüpfung. Da die Sicherheit wiederherstellung schlai, steht dafür nicht abzuschieran.